Genieß es. Lehn dich zurück. Ich biete es dir an und werde Teil des Netzwerks. Und du bist befreit von alledem, was dich bedrückt. Ich dachte, wir können gegen Freitag vielleicht Fridays for Future gehen. Ich wollte schon immer mal für was demonstrieren, was ich selber verursacht habe. Ich habe Neuigkeiten für dich. Zwiedenken beschreibt die Labe, gleichzeitig zweieinander widersprechende Ansichten zu legen und beide gelten zu lassen. Du praktisierst das sehr oft für uns. Ich bin Hothead Baby. Ich bin Hothead Baby. Ich bin Hothead Baby. Der Mensch hört gerne oberflächlich auf, redet davon, die Dinge wieder selbst in die Hand zu nehmen. Aber da ihm die grundsätzliche Motivation dazu abhanden gekommen ist, belässt er es dabei. Er gibt auf. Er bleibt dem aktiven Leben fern und betrachtet es wie der Zuschauer in einem Theater. Er hat vergessen, dass er selbst auf der Bühne seines Lebens steht. So wie du jetzt, Winwin Smith. Du so, als würde der freie Wille existieren. Es ist unbedingt notwendig, dass du dich so verhältst, als wären deine Entscheidungen von Bedeutung. Achtung. Achtung. Das war unbequete Freund. Bitte lassen Sie sich zu Gott, das war. Nehmen Sie mal Platz. Gehen Sie uns mal heim. Es besteht kein Grund zur Bühne. Kein Hachen Untertitelung des ZDF, 2020